Hallo Osan. Guten Tag. Schoko- oder Käsefondue? Vanille. Team Sparfuchs oder Team Lebemann? Schwaben raus aus Deutschland. Nach dem Duschen erst Socken oder erst Unterhose anziehen? Masturbieren. Was war der bekloppteste Kosename, den du mal hattest? Masturbieren. Bei wie viel Prozent Akkuladung vom Smartphone wirst du nervös? Ich benutze Brieftauben. Welche Schuhgröße hättest du gerne? So groß wie mein Genital, 56. Spielst du als Comedian eine Rolle oder bist du wirklich so? Ich bin komplett real, man. Welche Serie suchtest du gerade? DSF Sexy Sport Clips. Wovor hast du am meisten Angst? Wenn bei DSF Sexy Sport Clips Männer auftreten. Welche Nation ist 2018 Curling-Weltmeister geworden? Das ist total für das Curling, halt. Aserbaidschan. Genau, Kanada. Welches Abonnement solltest du dringend mal kündigen? DSF Sexy Sport Clips. Für wen würdest du dich ausgeben, um bei einem Flirt besser auszusehen? Ich verstehe die Frage nicht. Können Eichhörnchen träumen? Digga, das ist voll Relativitätstheorie jetzt. Eichhörnchen? Ja, na klar, sie träumen von Hamstern. Dein Wort zum Sonntag? Erfreut euch eure Jugend und pimpert? Jetzt schließ mal bitte die Augen und mach sie wirklich erst dann wieder auf, wenn ich dir sage. Ich habe ADS, Mann, das geht nicht. Alles schauen, der Druck wird zu groß. Jetzt ist okay. Danke, Ozan. Ich danke, vielen Dank. Ich danke, vielen Dank.